jetzt haben wir ein lagerhaus sehr gut würde ich gerne direkt irgendwie noch eins bauen weil die schön günstig sind bärensträucher äpfel brauche ein bisschen viel sogar jetzt bloß nahrung nicht aus dem aus dem dings verlieren und komm ein lager mache ich noch einfach weil das macht alles so viel einfacher nicht wahr stein kann ich mal ziegeln auch mal jetzt so brauchen auch mehr erdböden wo tiere bräuchten wir auch mal so nächstes lagerhaus können wir noch eins machen wir könnten noch eins machen eins könnte man noch beere beere bärensträucher und apfelbaum so jetzt haben wir noch ein obstsalat und noch ein lagerhaus sehr gut dann können wir jetzt anfangen die ziegelei ein ziegel eine eisenstange ein holz ein ziegel eine eisenstange ein holz noch ganz wie feuerstein das sind nicht vergessen oh ne oh ne ich bin noch ein ziegel ein ziegel okay Brauchen wir jetzt noch mehr Dorfbewohner? So, Nahrung läuft. Wir machen mal eine Runde Pilze. So, ein Ziegel, eine Eisenstange, ein Holz. Das macht unser Bauarbeiter natürlich. So, Eisenmine, Steinbruch, Holzverlager. Wie kann man das denn schön machen, dass es immer gleich so reinfällt? So, also die Frage, die ich so habe. Gut, Kartenverhältnis ist auch gut. So, Ziegelei. Okay, wir haben eine Ziegelei. So, und ein Segelwerk, ein Brett, ein Stein, eine Eisenstange. Ein Brett, ein Stein, eine Eisenstange. So, äh. Gut, noch nicht mehr genug. Gut, noch nicht mehr nicht mehr. Nicht, aber noch nicht mehr. so gut was können Pilze habe ich keine Ahnung so ja Äpfel sind gut so dann haben wir erstmal das Wichtigste hier genau Bauernhof wäre nicht schlecht einfach noch ein Bauernhof oh sehr gut der kostet nämlich zwei Ziegel, zwei Brett, ein Erdboden zwei Ziegel, zwei Brett ein Erdboden wir haben ja Platz den sollten wir nutzen ah wir müssen Bären anbauen wir müssen Bären anbauen so und endlich ein Sägewerk und noch ein Lager so gut das sieht doch viel besser aus als der erste Try sag ich jetzt einfach mal okay dann haben wir das alles Tiergege brauchen wir irgendwie gerade noch nicht ein Markt ein Ziegel ein Brett drei Münzen das baut unser Bauarbeiter das baut unser Bauarbeiter sehr schön das sieht doch perfekt aus so so Nahrung fehlt Markt Markt So, wenn ich das jetzt alles... Ah, okay. Gut. Das ist ja interessant. Ich verkaufe mal drei Ziegel einfach. Und gucke mal, was passiert. Und da haben wir noch ein Kindchen. Kantine. Schmiede. Dauerportal. Ich glaube, eine Schmiede wäre nicht schlecht. Zwei Eisenstangen und zwei Ziegel. Oh. 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 Und dann alle auf Nahrung Scheiße Aber diesmal droppen die nicht so gute Sachen Der muss mal zuhauen Oh Gott Ich muss welche abziehen Darf ich die nicht abziehen? Da verrecken die alle Das gibt es aber nicht Russpanzer kriegt der hier Oh mein Gott Einen noch Oh Gott sei Dank Jetzt machen wir nur Nahrung Das war gerade Profiplay auf jeden Fall Ach das ist ein Schlüssel Guck mal für unsere Schatztruhe Da war eine Kartoffel drin Muss erst gekocht werden Kartoffeln werden jetzt kultiviert So dann machen wir noch zwei Äpfel und zwei Beeren Genau Und dann machen wir noch einen Bauernhof Warte mal Achso was ist unsere neue Idee? Genau Goldner Brustpanzer Goldbarren Na ja warum nicht Ah unser Markt Unser Markt arbeitet So Aber apropos Gut Ein sehr starker Bauarbeiter Das finde ich schon mal sehr gut Bauernhof Einmal noch ein Bauernhof Zwei Ziegel Zwei Brett Oh das ist zum Glück alles gar kein Problem mehr Hier müssen wir uns ein bisschen ran halten Beere Beere Apfel Nahrung läuft Magischer Staub Hab ich keine Ahnung Und eine Schmiede Zwei Eisenstangen Und zwei Ziegel Und tschüss Pilze müssen wir wieder anbauen Sonst sind die weg Hier haben wir noch einen Bauernhof Da kommt auch eine Kartoffel rein Oh Schmiede Universität Brauchen wir nicht Un Okay Okay Wo gibt es Tiere? Apfelbaumbeerenstrauch Eifetz Karbotte Kartoffelmilch Pilz Rohrfleisch Zwiebel Brauchenbeerenstrauch Breite Eisen Erzähl Waffenkammer Gibt es vor allem auch Gegner drin Äh Okay Feuerstein Feuerstein Darf ihn nicht abreißen Schmiede Donnerbüchse Goldbarren Magischer Staub Goldbarren Wo kriege ich denn Goldbarren her So Mal konzentrieren jetzt Ähm Kartoffel Bären 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 Pilze Pilze Haben wir bald nicht mehr Äh Da müssen wir erstmal Warte mal Ein Herd Ziegel Eisenstange Feuerstein Schmiede Schmiede mache ich mal auch hier unten hin Das Haus auch Haus weiß ich jetzt nicht Schmiede mache ich mal auch hier unten hin Ah So Oh Oh